Hallo, hier ist Martin von Mann im Bank, hier ist das die DAX-Analyse für nun Donnerstag den 8.4.2021 und unser DAX, ja der hat weder geiler Sturzflug gemacht noch die Friedenstaube nach oben gespielt, der hat sich einfach mal tot auf dem Rücken gelegt und sich ein bisschen in der Sonne gesonnt und gechillt, wir brauchen eigentlich gar nicht so viel zu erzählen halt. Wir hatten darüber gesprochen, dass er durchaus in dem Moment, wo er hier unten rausarbeitet zum Morgen, ein ganzes Stück auch noch runterkommen könnte, bis in den Bereich um 15.1.15, das tat er nicht, ist nach oben gekommen, oben war wichtig, dass er sich über 2.30 etabliert bekommt, ich denke, das habt ihr alle gesehen, das hat er nicht hinbekommen, hat es auch, kann man fast sagen, nicht mal wirklich versucht, ich glaube, da ist eine 5 Minuten Kerze drüber gegangen, grün, und dann kam schon direkt die Klatsche nach hinten, da siehst du die ganze Zeit ein bisschen rumgekleckert, hinten draußen ein bisschen aufgedreht, aber muss man auch aufpassen, jetzt also zum Donnerstag könnte es auch sein, dass er das direkt erstmal wieder wegspült halt, das sieht jetzt so ein bisschen nach auftreten aus, aber muss man vorsichtig sein halt, gerade auf dem Donnerstag kann es schon passieren, dass er das nach unten wegdrückt halt, also direkt auch wegdrückt, gleich direkt rot wieder zurück, so wie ihr eigentlich jetzt die letzten beiden Tage alle grün aufdrehenden Bewegungen direkt wieder rot weggedrückt habt, wenn ihr das hier seht, grüne Kerze, gleicher Ausmaß, rot hinterher, grüne Ausmaß hinterher, das könnte ich mir vorstellen, dass wir sowas ähnliches zum Donnerstagvormittag sehen, und dann wird es halt nochmal wichtig, kommt er den jetzt unten mal raus, hier unter der 1581, das sollte so ein bisschen der Trigger werden halt, unten Richtung 151,15, der hat sich ganz schön schwer getan, aber oben noch schwerer, muss ich so sagen, also insgesamt, von daher eigentlich ein Tag, an dem man nichts gewonnen und nichts verloren hat, hat oben keine Signale hinbekommen, unten genauso wenig, und insofern können wir das einfach alles nochmal mitnehmen, ich würde sogar den, 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 den noch gültig lassen, ich würde das jetzt nicht als abgearbeitet ansehen, ähm, sollte natürlich trotzdem jetzt vorzeitig hier 2,30 und so weiter überwinden, dann macht es sich da oben den Raum auf, halt, ne, also so alles, was Stunden, Schluss, Kurs über 2,30 dann mit sich bringt, das gibt schon, schon nochmal ein bisschen Drive Richtung 2,50, 2,70, 2,90 und so weiter und so fort, und dann stehe ich schnell auch wieder bei 3,20, 3,50, ne, das muss man ja einfach so sagen, aber, da oben, ich würde aufpassen, ich, das kann nochmal genau so schnell hoch, runter kommen, wie er dann hochgekommen ist, ähm, da würde ich schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu vernarrt im Kopf ist, also, ich glaube, viele haben momentan so einen Sperrer drin, ich habe das heute bei uns im Chat so ein bisschen gesehen, die Leute, ähm, sind da ganz schön, ich weiß nicht, wie sie formulieren, so ein bisschen steif gewesen halt, ne, so, ähm, so ein bisschen, so eine Trotzhaltung, so nach dem Motto, ne, die letzten Tage, die letzten Wochen, das war ja immer alles so, ähm, man muss sich ein bisschen lösen, wir sehen jetzt hier andere Bewegungsverhalten einfach wie die letzten Tage, ne, wir sind jetzt der Markt runter, aber ein bisschen das in die Richtung, wie was wir hier gesehen haben, das heißt, wir müssen natürlich auch ein anderes Bewegungsverhalten von ihm erwarten, da jetzt davon auszugehen, dass da jetzt alles grün und sofort alles wieder hochgezerre und gekauft und das ist ja Wahnsinn, wie die noch kaufen, ähm, wenn man so an den Tag rangeht, kann das natürlich sein, dass man auch schnell auf der Oberseite enttäuscht wird halt, ne, ähm, wir haben jetzt da oben ein Umkehrsignal bekommen, er hat die Zone erstes Mal angestoßen, kann ja auch noch ein zweites Mal anstoßen, so ist es nicht, aber, ähm, er hat schon jetzt gewisse Risiken nach unten und wenn er die zum Tragen bringt, dann, ne, würde ich da nicht zu ungeduldig werden mit ihm, weil dann, das kann er auch hinten rausbringen, ne, kann durchaus hier ein Stück, das kann er, kann er auch auf zwei Tage noch runterstrecken, das ist völlig egal, da gibt es kein, kein Gesetz, wie schnell das jetzt sein muss halt, ne, so eine Bewegung, das macht er hinten raus dann, das macht er hinten raus, ähm, das wäre nicht das erste Mal auch, von daher, ich sehe hier das Risiko schon noch ein bisschen auf der Unterseite, ähm, wir haben oben das, das Umkehrsignal gekriegt, wir haben jetzt eine eher, äh, Unsicherheitskerze reingestellt, auf Tagesebene müsste es ein Doji geworden sein, ähm, die nimmt natürlich schon dem Umkehrsignal, oder zumindest ist diese, diese, diese roten Tageskerzen hier ein bisschen den Druck raus, ja, das tut sie, weil er hätte ja auch unten raus weiterfallen können, aber er hat es auch nicht ausgekontert, die rote Kerze, haha, ist eher unten stehen geblieben, und von daher, also, für mich, neutrale Situation, ähm, ich gebe ihm oben raus den Raum, aber dafür will ich auch ein bisschen vor Kasse sehen, halt, ne, will ich sehen, dass die 15, 2,30 umklappt nach oben, wenn er das macht, gucke ich mir das sehr genau an, aber wenn der da oben wieder umdreht, dann, ich würde, glaube ich, sogar einen Short auf die Nase drücken, halt, ne, nochmal bis runter zu nehmen hier, also das könnte ich mir gut vorstellen, wenn er umdreht, halt, ne, das heißt, ich will die rote Stundenkerzen und so weiter dann hier oben sehen, kommen die dann schön, wenn er, wenn er wirklich lang durchstreckt, ähm, Doppeltop-Gefahr und sowas, das haben wir dann schon, und dann kann er sich auch nochmal zügig runterstrecken, da sollte man auf jeden Fall ein bisschen aufpassen jetzt am Donnerstag, aber das ist wirklich nur, wenn er auch über die 2,30 geht, und solange ich die nicht kriege, und solange er die nicht bringt, dann bin ich hier sogar, eher sogar der Meinung, dann mach den nochmal nach unten, und dann, die, kriegen wir die hier nochmal, so, und dann muss ich dort zeigen, ob er überhaupt hochkommt, weil kommen dort nämlich keine grünen Kerzen, und da muss man dann aufpassen, dass man da nicht, naja, nicht, dass man hier die ganze Zeit Short ging, gewuchtet hat, und plötzlich fängt man an, hier Longs gegen zu wuchten, und dann haut die Kiste wieder komplett nach unten ab, kommen hier keine grünen Kerzen, hier, in dem Bereich, dann lass dir ein bisschen Luft zum Atmen, dann geht er in das Dreieck rein, hier in das Alter, ja, dann hackt er hier rein, und das ist dann schon eher so im Bereich um 15,30 bis 15.000 rum, ja, wenn er sich hier nicht halten kann, und von daher für mich aktuell tatsächlich eher das Risiko sogar ein bisschen auf der Unterseite, ähm, ich kann mich super schnell auch, ähm, ihm fügen und drehen halt, ne, in dem Moment, wo ich sehe, okay, der zeigt das wieder stärker, geht über 2,30 raus, drückt nicht direkt die grünen Kerzen wieder zurück, ähm, gerne, dann auch weiter halt, ne, aber dann würde ich auch hier oben sehr, 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 sehr sorgfältig drauf achten, wenn Rote kommen, und Rote kommen, im Zweifel einfach mal kurz Long raus, und vielleicht sogar einen Short einfach rein, halt, ne, weil ich, glaub's schon, also, das, das, was er hier jetzt weggestreckt hat, das ist, das darf man nicht unterschätzen, das ist ein Exhausting-Gap, halt, ne, das ist eine Erschöpfung sogar, die, die kündigt Trendschwäche an, einfach, ne, es ist ein Aufwärts-Gap, was nicht gehalten wurde, das ist jetzt, im Sinne des Aufwärts-Trends schon so ein Warnsignal einfach, wenn da noch eine Rote Tageskerze kommt, ne, ähm, dann kommt da ein bisschen Bestätigung rein, die haben wir, so, jetzt nimmt der Fahrt raus, aber wenn der jetzt anfängt weiter zu fallen, kann er auch erstmal ein Stückchen wieder fallen, und da, der hat ja wirklich da ein bisschen Vorsicht, dass man da nicht, ähm, jetzt plötzlich anfängt, über motiviert auf der Long-Seite zu agieren, wenn man vielleicht die ganze Zeit eher auf der Short-Seite, ähm, hochmotiviert war halt, ne, da muss man wirklich aufpassen, sonst, sonst handelt man gleich wieder gegen den nächsten Trend dagegen, kriegt er aber hier die Signale nach oben hin, das ist vollkommen legitim, dann auch wieder stückchenweise eben die Longs mitzugeben, also so würde ich es tatsächlich dann halt machen, ne, also, wenn er das jetzt bestätigt, wenn er sich jetzt stabilisiert und die Passion nach oben wieder einnehmen kann, schön Stundenschluss drüber steht, und so weiter, nicht gleich direkt da hinten nach, die, die Kerze wieder nach unten lostritt, dann durchaus ein bisschen Platz nach oben geben, und das sind dann 2,70, 2,90, ähm, bis, bis sogar hier 3,20, 3,50 nochmal, und von dort, glaube ich, kriegt er schon wieder den nächsten Batscher auf die Nase, weil das haben die, das, das ist im Chart drin jetzt, das kriegt er nicht wieder raus, das ist diese kleine Narbe, und die zeigt, dass er hier schon mal den Kampf verloren hat, und ich könnte mir vorstellen, dass deswegen die, die ihn hier verprügelt haben, ihm hier Arnampart ins Gesicht zwirbeln halt, ne, vielleicht mal auf die andere Backpfeife, äh, auf die andere, auf andere Gesichtshälfte, aber da würde ich auch, ich persönlich würde hier einfach aufpassen, ne, wenn rote Katzen dann kommen, wenn da, wenn der Grün durchstarkt, ja, dann halt long bis sonst wo, 4,15, ähm, 4,65, aber ich würde hier ganz genau auf rote Kerzen gucken, und wenn die kommen, wenn er denn überhaupt da hochkommt, wenn er denn überhaupt die 2,30 überschreitet, dann würde ich dort tatsächlich auch nochmal einen Shot probieren, ja, genau, und von daher gehen wir wieder so ran, wie letztendlich jeden Tag auch, und sollten versuchen, uns in eine Situation zu bringen, in der es uns völlig egal ist, was der Markt macht, ob der Steig oder Feld wichtig ist, dass wir an solchen Punkten einfach dann den Wahrscheinlichkeitsvorteil nutzen, den wir haben, wenn wir dann hier oben sehen, dass da eine rote Kerze kommt, und ich mache den ganzen Tag nichts, aber ich beiße mir hier ein paar Punkte raus, dann habe ich wieder einen Tag, in dem ich Punkte geholt habe, in dem Profit generiert habe, einen Tag, in dem ich nicht total angepisst vorm Rechner sitze, weil der Markt sich in die falsche Richtung entwickelt, in der ich investiert bin, ne, sondern ich gewinne, Stück für Stück für Stück, und das ist halt für mich, ist das die Definition von Trading, dieses Raussuchen von Punkten, an denen der Markt einfach eine bestimmte, wie zum Beispiel auch das hier halt, ne, so, an denen einfach eine bestimmte Reaktion zu erwarten ist, und die einfach einen Wahrscheinlichkeitsvorteil mit sich bringt, den wir dann eben mit noch vernünftigen Risikomanagement dazu ausnutzen, Stück für Stück einfach uns hier ein bisschen auf der grünen Straße zu bewegen. So, von daher, wir lassen das jetzt hier stehen, wie gesagt, ihr kennt die Sichtweise oben, ihr wisst, ich sehe eher das Risiko auf der Unterseite, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir zum Donnerstag eben nach unten strahlen, gleich zu Beginn, gar nicht so optimistisch hier reinkommen, kommen wir aber trotzdem rein, Platz lassen, rote Umkehrsignale abwarten, halt, ne, und im Zweifel dann halt das Stückchen auch nochmal mit Long zu versuchen, das ist vollkommen legitim, ne, und alles hier drunter, kennen wir, haben wir jetzt besprochen, ist ja auch unverändert zu gestern, wir können in den Tagesschau reingucken, aber das ist klar, das ist ein Dolce, ja, das kann nicht anders aussehen, die Kerze genau, wir gucken hier nochmal rein, wir haben rote Kerze bekommen hier, aus einem Bereich, von dem wir eh eine Reaktion erwartet hatten, und wenn er da jetzt unter das Tagestief vom Mittwoch drunter arbeitet, wird er auch nochmal einen Umkehrversuch bestätigen, das heißt, dort könnten sich dann Anschlussverkäufe lösen, die dann einfach den DAX weiter runternehmen, einfach ein paar Gewinnmitnahmen halt, ne, und von daher, ja, sieht das eigentlich jetzt so gar nicht so schlecht aus, sieht wirklich danach aus, wie als könnten hier diejenigen, die den ein bisschen tiefer haben wollen, einfach noch ein bisschen was bekommen, also für mich ist, spricht der Tag jetzt erstmal nicht dagegen, ne, ähm, solange die, die wichtigen Signalbereiche da in Ruhe lässt, solange die jetzt so 30 auch nicht nach oben wegrotzt, ähm, sehe ich noch das Risiko unten, das muss ich tatsächlich so sagen, und ich glaube sogar, wenn er hier das nächste Mal nochmal dran stößt, dass er dann ein kleines Dijavü bekommt, ja, ne, das kann ich mir gut vorstellen, also, insofern, ich mache hier das Video schon zu, ähm, ich denke, wir haben alles besprochen, ich wünsche euch viel Erfolg zum Donnerstag, holt euch eure Punkte raus, macht den nackig und versucht nicht immer im Markt drin zu sitzen, das ist auch nicht unbedingt gut für die Psyche, für die, für die mentale Verfassung, ähm, für das, für den Gemütszustand auch nicht, ne, man ist dann so abhängig, ja, wenn man short ist, dann ist man glücklich, wenn der Markt fällt, ist schlecht gelauern, wenn er steigt, ist man long, ist es genau andersrum, und es ist manchmal einfach ganz gut, immer bloß so ein paar kleine Strecken rauszuholen, da hat man, A, hat man mehr, viel mehr Gewinn am Ende, das ist einfach so, das ist auch wirklich so, das ist wirklich so, das kann sich der eine oder andere immer nicht so richtig vorstellen, aber das ist tatsächlich wirklich so, ähm, weil, weil einem fehlt auch dieses Tage- und Wochenlange Aussitzen von, von schieflaufenden Positionen, in der Zeit kann man dann trotzdem noch vernünftige Trades absetzen, und das fehlt den Leuten meistens, die, ähm, glauben, dass, wenn sie lang, äh, lange, große Strecken probieren, dass sie da mehr von haben, ja, gut, Freunde, also, Punkt, viel Erfolg zum Marsack, macht's hübsch, ciao. Vielen Dank.